Liebe Mom, ich hatte viel Stress in der Arbeit. Also habe ich beschlossen, den seit längerem geplanten Mexiko-Urlaub zu machen. Man hört zwar oft das Gegenteil, aber ich habe völlig problemlos die Grenze passiert. Man hat mir eine preiswerte Unterkunft empfohlen. Und ich habe ein paar tolle Schnappschüsse von mir. Ich hatte viel Kontakt zu den Einheimischen. Aber wie es ihm so geht. An ihm ist was ziemlich faul. Da fühlt man sich rundum wohl. Wo ist mein Geld? Und trotzdem gibt es Probleme. Wir malen den ihm einen Zeh ab. Haben wir schon getan. Zwei sogar. Mal ist dies, mal jenes. Ich habe meine Warte ungebraucht. Wir wissen nie, wann sie sich meinen Zorn schnappen. Na ja, dazu lassen wir es nicht kommen. Wenn meine Ferien reibungslos verlaufen sollen, muss ich da gleich was unternehmen. Tja Mom, ich habe schon richtig Heimweh. War nur ein Witz. Ich komme nicht zurück. Was Ja. Untertitelung des ZDF, 2020